Leute und willkommen zu das hier mit Laura. Hallo. Das ist ne Katze. Wie schaut man Schein? Also so Schein und Wasserglitz. 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 Okay. Sie sucht sich gerade einen Namen aus und... Ja. Wie ist der Mädchen denn? Regal. 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 Hier? Was mache ich hier älteres denn? Ich bin ein Junges. Ich finde die sogar so schön. Schaut euch an. Spuri. 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 Wo bist du? Ich weiß irgendwo im Camp. In der Nähe vom Mädels in der Ältesten. Und ich laufe hier durch die Gegend. Hui. Ich versuche mal dich zu finden. Ich bin gerade im Heilerbau. Wenn du gerade im Heilerbau bist. Ich war da auch gerade. Das empfinde ich auf dem gleichen Server irgendwie. Apprentice denn? Ich bin noch ein Junges. Nein. Können wir nicht auf dem gleichen Server sein, wenn wir dasselbe Spiel spielen? Ja, wenn du mir nicht gejoint bist. Hier bin ich? Hallo? Wo bist du denn? Guck, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Look, I'm here. I'm here. Ich weiß ja nicht mal, wie du aussiehst. Ich bin hier. Ich sehe so aus. Okay, schwarz wie immer. Es ist aber bei mir nicht nachts und nachts, sondern Tag, Abby. Es ist bei mir auch Tag. Es ist bewirkt. Steht bei dir irgendwie Tiger White? Was? Was mache ich hier? Nee, habe ich nicht. Hä? Hä? I'm better if I look. Bist du ein Fuchs? Der sieht aus wie ein Fuchs. Hi. Hey, Fuchs. Ich nerv dich. Ja, bleib stehen. Wee. Hi. Hey, die Roleplay nicht und ich laufe hier. Ja. Bieg mich ab. Bring mich jetzt weg. Ja, Roleplay zu stören. Okay, mein Spiel bleibt. Komm, Little Curie. Okay. Er nennt mich Curie. Das sagt... Ja, hilf mich. Du bist im Boden. Ich bin der Boden. Hi. Wo bist du? Bei dem Typen hier. Wenn du wachst, komme ich da auch nicht. Ich bin nämlich gerade getroint. Ich werde vermutlich aussehen wie ein Fuchs. Ich werde gerade weggetragen. Weiß ich. Weil ich hab den Roleplay unterbrochen. Ich fühl mich... River Clanted Tritorium. Okay. Ich fühl mich irgendwie dreckig. Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den wunderbares Roleplay unterbrochen. Und jetzt will der mich so weit weg haben. Wie es geht. Die war gerade bei der Brücke, richtig? Ja. Jetzt sind wir im Windclan-Territorium. Bin ich nicht ne Flussclan-Katze? Geht ihr... Direkt weg. Am Abgrund? Ich bin... Warte, nein. Ich bin... Warte, nein. Nein, komm zurück. Nein, ich bin... Okay, dann komm. Ich warte hier auf dich. Wo ist das? Ist das Wasser? Ja, nicht rein. Spray. Oh, Jesus. Ach, das ist... Oh, oh. Ups. Ups. Das ist eine Straße. Ups. Scheiße, wo bist du? Du, join mal den Windclan-Ähm... Wieso? Ding. Why? Mach einfach mal, dann treffen wir mich da. Bist du etwa auch ein Windclan? Ich bin nicht im Windclan, aber ich gehe jetzt kurz in das... Ich bin bei dein Camp. Bei... Ich auch. Hi. Bist du das? Ja. Ja. Ich hab noch keinen Namen. Ich auch nicht. Ups. Ups, sei da gewesen. Wiss. Wiss. Ich kann nicht mehr. Blitz heißt dann alles auf Blitz. Also Blitz auf Englisch, oder? I don't know. Wee. Da ist Roleplay. Blitz. 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 Das, die ich gerade beim Roleplay unterbrochen habe. Und dann wurde ich weg. Haha. Das wird sehr schön. Hui. Hui. Aber das sieht so cool aus. Weißt du, was der bei sich drin hat? Denn der oft ein Mistaken as a Fox. Ich hab nicht gesagt, dass es ein Fuchs ist. Ich sag, dass es aus wie ein Fox. Hallo, Kids. Hi. Warte, ich ändere meinen Namen gerade mal zu. Snow. Kids. Ist mir nicht der Fox? She's pretty. Ich dachte, du meintest es nicht. Hi. Show dir das Wasser. Kann ich nicht. Do you see me as... A Fox? No. Abby. She's a pretty cat. She looks a bit like a Fox, but that's just making her prettier. Pretty. Ich kann nicht mal reden. Pretty. Aber sie... Wie lange hat es gedauert, das zu machen, dass sie so aussieht? She looks like a pretty Fox. Is... Wir werden übrigens gerade beobachtet. Ich merke es. Schreibt mal so, wie du auch kam. Abby. Ah, yes. Was heißt Purse? Nein, ich möchte kein Charakter Designer nehmen. Schnurrt. Aber das Charakter Design ist so... Was macht Luna? Du siehst nicht aus, wie die Luna aussieht am Mund, die ich. Keine. Sieht auch mega schön aus. Sie hat Flecken. Wird das wieder eigentlich gesweitert, Abby? Wahrscheinlich. Ich bin nicht. Das war dann so. Und das war dann echt пять kwaltern. Und das war so geil. Und ich bin nicht... Ich verzog. Vielen Dank.